Ach, jetzt bin ich hier. Oh, Fee. Jetzt. Gleich keine... Keine Magie mehr. Ja! Der kommt wie gerufen, Leute. Okay, wird das ziemlich dunkel. Okay, hier haben wir... Da bräuchten wir einen kleinen Schlüssel. Den haben wir. Ah, ja. Bin ich zu weit weggegangen, oder wie? Das ist ein Schleim. Das ist ein Schleim. Gehen wir mal da weiter. Wir haben viel zu viel Geld, Leute. Okay. 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 Alright. Bisschen Magie. Oha. Gut, schon fehlt mir wieder ein halbes Herz. Okay. Ich glaube, wir haben hier sogar alles. Ja, genau. Also, wir müssen eigentlich nur noch zum Boss. Okay. Da würde es weitergehen. Au. Okay, also da könnte ich das umschalten. Die Frage ist, will ich das? Ja, will ich. Okay. Ah, schön. Okay. Loal, habt ihr das gesehen? Da kam ein kleiner Viecher raus. Ah, da rechts. Hier ist das noch nicht zu sehen. Da. Jetzt daneben. Ja. Ich glaube, es ist auch gut, wenn wir mal wieder ein bisschen Leben holen. Okay. Nein. Das ging ja ein bisschen zu weit. Okay. Und jetzt sind die beiden da drüben eingesperrt. Was? Die machen Schaden? Ich bin da jetzt schon zweimal durchgegangen und die haben nichts gemacht. Ich glaube, ich glaube, die fallen hier unendlich oft runter. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe keine Ahnung, welche Farbe ich brauche, Leute. Ich gehe jetzt einfach weiter. Und ich habe natürlich die falsche Farbe. Was? Was denn sonst? Das war knapp. So, da ist jetzt der Boss-Raum, Leute. Ach, dann hole ich mir noch die eine Fäde. Das mache ich noch. Dann kämpfen wir gegen den Boss. Au. Auf einmal zaubert der, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, der Schaden verteilt sich ganz schön, Leute. Endlich einer besiegt. Oh, hier habe ich eine sehr gute Position, finde ich, Leute. Hä, ich dachte, der wäre gerade gestorben. Warum bin ich jetzt tot? Ich dachte, das letzte Auge wäre gerade auch besiegt worden, Leute. Das habe ich mir anscheinend eingebildet. Da sind noch fünf Augen. Der ist viel einfacher als die kleinen Augen. Da habe ich einmal erwischt. Au, nochmal. Geschafft. Hatte mich zweimal erwischt, Leute. Wunder, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Ganons Macht allein rechte nicht aus, das Siegel der Sieben Weisen zu brechen. Mit Hilfe des Zauberers Arganen wurden wir sieben Mädchen hierher entführt. Erst durch unsere ererbten Kräfte konnte Ganon das Siegel brechen. Danach schloss er uns in Kristalle ein und verteilte uns auf die Verliese der Schattenwelt. Er wollte nicht glauben, dass du, der wahre Held, so weit kommen würdest. Nun wartet Zelda auf dich, im Schildkrötenfelsen. Du musst dich sehr beeilen. Hast du alles verstanden? Ja. Möge der Weg des Heldens zum Teufels führen. Sehr schön. Ein Dungeon noch, Leute. Was kriegen wir da? Uns fehlen noch die Superbomben. Eine Flasche. Und ich glaube die Level 3 Rüstung. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Und drei Herzteile. Schade, dass wir hier jetzt... Wobei, halt doch. Wir haben hier ein Herzteil gefunden, Leute. Uns fehlen also noch drei. Wo kriege ich denn jetzt drei Herzteile her? Ich habe keine Ahnung. So, machen wir mal den letzten Dungeon, Leute. Das war falsch. So, das hier ist glaube ich auch... Nein, ist nicht. Und wie sind die alle in diese Mitte da fallen, Leute. Okay, schade, aber egal. So, hier kommen wir jetzt rüber, Leute. Mit dem Enderhaken. Okay, was haben wir hier? Ah, sehr schön. Da könnten wir hier rüber dann. Aber ich möchte mich erstmal hier in Hyrule noch umsehen. Und hier sind zwei Höhlen. Das sind mehrere Höhlen. Der ist mir so oft aufs Gewicht, Leute. Das war fast schon peinlich. Ja, nur fast. Okay. Gehen wir in diese Höhle zuerst rein. Da geht es nach oben. Und da geht es nach unten. Ach komm, gehen wir nach unten, Leute. Was haben wir denn da? Zehn Pfeile und Bomben. Ich hatte jetzt eigentlich mit einem Herzei gerechnet, aber gut. So, da würde es rausgehen. Ah, hier haben wir noch ein geheim Versteck. Was haben wir hier? Ein Händler. Ach komm, Leute. Kauf wird sein Herz. Brauche ich einen? Ja. Wir haben eh genügend Geld, Leute. Wir kaufen uns den einfach. Bomben brauchen wir nicht. Also gehen wir. Wofür brauchen wir? Wir brauchen sowieso nichts mehr, wo wir unser Geld ausgeben könnten. Oder haben nichts mehr dafür. So, ich möchte erstmal nach oben gehen, Leute. Ob da noch irgendetwas war. Oder ist. Ähm, naja, das da ist. Hier. Okay. Den kriege ich so aber nicht, oder? Nein. Aber so. Geld. 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 Noch mehr Geld. Und. Geld. Ich hatte hier schon wieder mit einem Herzei gerechnet, Leute. Oder vielleicht mal mit der Flasche, dass die Flasche hier versteckt ist. Okay, dann gehen wir da jetzt raus. Lol. Okay. Wir gehen da nochmal rein, Leute. Und gehen dann nach oben, hier links. Dieses Mal. Halt. Gibt es da einen Geheimgang hier irgendwo? Nein, ich sehe keinen einzigen. Und wir sind. Ganz woanders, als ich dachte. Ich glaube, ich bin aus Versehen richtig gegangen, Leute. Ach, jetzt sind wir da. Ja. Da waren wir ja schon mal, Leute. Denn da ist der alte, ähm, Dungeon. Oder der letzte Dungeon war das ja in dieser Welt. Hauptsache, der kann uns hier wischen. Okay. Da rüben ist ein Herzei, Leute. Und ich glaube, dass hier der Dungeon ist. Sieht zumindest der danach aus. Gut, dann halt nicht. Au. Hab ich einfach vergessen? Bin ich... Ah, ich vergesse zu schlagen, Leute. Ich wusste, ich muss ihn schlagen. Und ich hab's einfach vergessen. Okay. Ich will hier runter. Bin ich da? Wo komme ich hier hin? Okay. Ein Fehlbrunnen. Sehr schön. Und noch mein Herz zum Abschluss. Hahaha. Okay. Na, endlich. So, jetzt haben wir hier noch zwei. Ich möchte da rein. Okay. Da geht es weiter nach oben. Und da rechts war auch noch etwas. Wir gehen aber erst mal nach oben. Da kann man runterfallen. So, so. Okay. Fallen wir mal hier runter. Okay.